Ja Leute, da sind wir auch wieder zurück bei Uncharted Drakes Schicksal. Ja, das letzte Mal haben wir immerhin eine Zeichnung der Goldstatue gefunden. Dann gehen wir zumindest nicht mit leeren Händen nach Hause. Aber bevor wir nach Hause zurückkehren, müssen wir natürlich uns das Boot schnappen. Tja, und das liegt hier irgendwo vor Anker. Ja, und ich hoffe, wir werden es noch rechtzeitig erwischen. Na dann, mal auf. Oh, oh. Und schon wieder haben wir so verdammtes Glück. Da hatten wir aber jetzt echt Glück. Ich habe mich gerade überhaupt nicht konzentriert, wusste gerade nicht mehr, wo man denn jetzt zielt und schießt. Ich war gerade irgendwie ein bisschen aus dem Spiel raus. Weil heute neue Aufnahme-Session. Aber jetzt kann es wieder hier richtig losgehen. Ah, was haben wir denn hier noch hübsches? Bäm! Und der hat einen schönen Abflug gemacht. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Hallihallo! Nimm das! Da oben ist doch noch einer. Den knallen wir auch ab. Volle Breitseite hier! Tja, dann schnappen wir uns hier gleich mal die Moss, genau. Oh, oh! Knappe Sache hier. Alter! Das kriegst du zurück! So. Ich glaube, dann schnappen wir uns aber gleich nochmal die. Oder was meint ihr? Die macht doch schon richtig Laune. Also her damit! Komm schon! Au! Wer war das? Wer war das? Oh, oh! Nein, nicht! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Hups! Habe mich auch ein wenig erwischt, aber... Ja, wir haben es überlebt. Es ist nicht so schlimm. Na, lebt hier noch einer? Oh, ein Schatz. Ich glaube nicht. So, silbene Gürtelschnalle. Ja, ist jetzt nicht so, der Burner. Ich glaube... Da haben die Texturen auch gerade nicht geladen, oder? Ja, ja, sieht schon besser aus. Da haben tatsächlich kurz die Texturen gefehlt. Na, dann würde ich sagen, ziehen wir mal weiter. Elena, bist du da irgendwo? Wo bist du? Hallöchen, du solltest auch mitkommen. Äh, wo bist du denn? Ach, da bist du ja. Na, dann komm mal mit. Äh, ja, super. Nur weil du so langsam bist. Meine Güte. Jetzt behalte dich mal ein bisschen. So. Auf geht's, auf geht's. Oh, ich seh kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleib ich nicht hier und du kommst, äh, gleich wieder und holst mich ab? Okay. Was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, naja, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Und, dann ziehen wir mal alleine hier weiter. Mist. Ist natürlich ein Schloss dran. Ich find die deutschen Synchronstimmen echt klasse. Äh. Mit X springt man, ne? Ja, gut. Nicht, dass wir da gleich runterfallen. Oder hier runterfallen. Ach du Scheiße. Spring, Nate. Nein, nein. Nicht runterfallen, Nate. Ja. Ja, da machen wir gleich einen freudigen Spruch. Oh Mist. Oh Mist. Welches Arsch hier? Welches Arsch? Ah. Oh. Da haben wir uns noch den Kopf an. An dieser scheiß Ecke angestoßen. Tatsache gut. So, wo ist denn der Typ? Mit dem Granatwerfer auf. Da drüben nirgendwo. Aber den seh ich nicht. Nein. Da, da. Ich bin nicht hier. Ich bin gar nicht. Jetzt machen wir den kalt. So, den hätten wir. Nein, na. Ich wollte da noch in Deckung. Mist. Aber jetzt wissen wir, wo der Typ ist. Da. Nein. Komm raus. Nein. So, wir haben ihn. Wir haben. Vorsichtig. Vorsichtig, Leute. Jetzt müssen wir aufpassen. Au. Genau das dachte ich mir schon. Mist. Wir sind da nicht sicher. Okay. Granatwerfertyp. Und dann. Auf die andere Seite in Deckung. So, den haben wir. Jetzt hier in Deckung. Und den kaputt machen. So. So weit, so gut. Jetzt ist da hinten noch jemand. Den schnappen wir uns jetzt. Der kann uns nicht entkommen. Okay. Lauter, alter. Oh, das war super. Los geht's. Ausnahmesweise mal. Dann können sie ja fröhlich weitergehen. Hier hängt auch noch ein Schloss. Und Schüsstüren. Können wir jetzt da einfach so rüberhippen? Ja, das geht natürlich. Nate kann da ziemlich weit springen. Zum Glück. Na toll. Komm schon. Schreck dich an. Schreck dich an. Ja, dann halt nicht. Na, geht doch. Ach, nee. Ach, nee. Diese Stelle ist schwer. Wer ist das denn? Der gehört nicht zu Eddie. Das weiß ich noch. Diese Stelle ist echt knifflig. Am Anfang können wir noch mit der hier rumballern. Oh, was? Was war das jetzt? Da hat uns jemand einen vollen Kopfschuss verpasst. Aber genau mit der könnten wir eigentlich das MG ausschalten. Oh, das könnte natürlich super Vorteil hier sein. Scheiße. Okay, sie ist doch kniffliger als gedacht. Ich glaube, ich muss am Anfang wenig die Pistole benutzen. Ach, das ist der Typ, der uns hier immer kaputt gemacht hat. Dieser Mistkerl. Mistkerl. So, jetzt hier rüber. Ja, wir haben ihn getroffen. Glaube ich jedenfalls. Hoffe ich jedenfalls. Nein, haben wir ihn trotzdem nicht erwischt. Oh, diese Granate war auch nicht schön gesetzt. Vielleicht sollten wir da nach hinten eine jagen. So, hier kommt keiner. Da hinten lauern sie noch auf uns. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Granate, Granate. Nein, ich wollte gar nicht. Gehen wir die wieder zurück. Da oben hängen die rum, aber nicht. Erwisch ich nicht. Oh, Granate. Deckung. Deckung, Deckung, Deckung. Wir müssen uns ans MG schlechten. So, da. Jetzt können wir ihn abballern. Das war gut. Nein, das ist weniger gut. Das ist weniger gut. Oh. Nein, nicht aus der Deckung springen, Nate. Huff. Ich will hier die. Ja, M4. Die ist super. Das ist ein schönes Maschinengewehrchen hier. Mit dem können wir jetzt so richtig reinheizen. Wo seid ihr? Oh, da oben. Ah ja, der Typ bisher steht ja auch noch. Mist. Hört auf, mit Granaten zu schießen. Sollte uns nicht erwischen. Gut. Mist, der hat so wenig Munition. Das ist ein bisschen doof. Ah, Mist. Kein Kopfschuss. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass sie nicht von rechts noch kommen. Denn dann hätten wir ein Problem. Weißt du was? Ich kann auch Granaten schießen. Oh, der war zu kurz. Gleich nochmal. Der haut rein. Der haut rein. Ja. Schöner Abflug gemacht. Alles wunderbar. Ich glaube, die Granate kriegen wir nicht bis da. Oder? Ne, das ist doch ein bisschen... Zu weit. Nein, geht. Ha. Coole Sache. Hätte nicht gedacht, dass wir so weit werfen können. Das war nicht von schlechten Eltern. Jetzt haben wir da noch einen Typ. Gut, den haben wir. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle waren. Ne, da ist noch einer. Schnauze. Die kriegen wir auch noch. Nein. Munition alle. Kommen die jetzt nicht noch irgendwann von hinten? Nein, ich weiß es nicht mehr. Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe, das war es jetzt. Sag doch, dass es das war. Wir nehmen die West mit. Und... Granaten und AK. Das kann nützlich sein. Oh, da ist noch einer. Hey, Kumpel! Und gute Nacht. So, jetzt. Komm schon, Nate. Nein! Soll es das verdammte MG? Und los geht's! Nein! Die werden ein bisschen schwer getroffen. War das jetzt der oder war das ein anderer? Oh, da kommen sie, da kommen sie. Ja! Den hätten wir, den haben wir auch. Mist. Wie viele tauchen denn da noch auf? Ich bin die eigentlich. Ich will hier weg. Lasst mich doch hier raus. Das ist keine Chance. Wir stehen eindeutig über dir, Kumpel. Komm doch raus. Zeig dich. Zeig dich, habe ich gesagt. Das tat bestimmt weh. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Nein, eigentlich nicht. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen auf. Obwohl, Munition sieht eigentlich gut aus. Komm, wir gehen einfach weiter hier. Keine Zeit vertrödeln. Oh, hier können wir ja gleich noch Munition auffrischen, so. Lauf, nein, lauf, bevor das Tor runterfällt. So. Ich glaube, wir sind fast beim Boot. Das müsste da unten sein. Wie? Ja, das sieht gut aus. Schafft das alles an Bord. Hey. Los, macht schon, macht schon. Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate. Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hier. Was? Achtung, Achtung. Achtung. Und jetzt. Er lebt. Behalt euch. Ha. Ich weiß nicht, Nate. Ich mein, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich seh's. Wir müssen hier wegfallen. Das ist wirklich komisch. Nein. Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind sie hin? Äh, nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay. Es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet? Oder er kriegt eins auf die Mütze? Auf die Mütze haue ich ihm so oder so. So, also unsere, äh, unser Abenteuer hier ist noch nicht vorbei, Leute. Ja, es geht noch fröhlich weit, weiter. Oh. Und ich sehe dich. Ah, schöner Überschlag. Nö. Doch, eigentlich schon. Selber, hey. Wo bist du? Nein, warum wollt ihr mich umbringen? Ich war immer brav. Na. Oh. Hilfe, 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 Hilfe. Hui, 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 war das wieder scheisse knapp. Alter. Wo bist du? Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Wo bist du, wo bist du? Wo ist das Arsch? Hier drüben. Wow. Scheiße, woher? Ach, der steht ja gleich hier. Dieser Mistkerl. Der wagt es uns direkt vor der Nase abzuballern. Das gibt's doch nicht. So, haben wir hier noch was? Ja. Wir haben hier tatsächlich einen Schatz. Spanische Goldmünze. Witzig, wie die Texturen immer laden müssen. So, ne AK brauchen wir nicht. Pistole. Ja, nee, noch nicht. Nee, die West behalten wir noch. So, ich würde sagen, hier machen wir ein folgend Päuschen. Wir sehen uns oder hören uns morgen wieder. Wenn es heißt, let's play. Uncharted. Drakes Schicksal. Ja, bis dann, Freunde.